Musik 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 Was passiert? Haga? Hallo? Haga? Bist du das? Ja! Haga, ich hab dich so lange nicht mal gesehen! Oh! Wo sind wir? Hier sind wir etwa von einem Teil von meinem Flutenheim? Oh! Oh! Oh mein Gott! Wir haben angelt! Oh! Ich werde verrückt! Ich werde verrückt! Oh Mann! Ey, du hast alles verdorben! Ok, hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Ra! Und ihr seht hier Leute! Wir spielen dieses Spiel zum ersten Mal! Aber eigentlich, wir haben es schon mal vorher gespielt! Und hier dabei ist noch die gute alte Haga! Wie man so sagt! Die gute alte Haga! Aber ok, das passt! Ja! Ja! Wir müssen hier ein Schiff bauen! Ich meine so Plattform! Oh mein Gott, da heißt doch der Heimkreis! Und! Wir müssen treffen, dass wir eine riesige Plattform bauen, damit der Hei uns auch angreifen kann! Was ist denn los? Was ist denn los? Ja! Guck! 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 Und das ist dein Schiff! Komm! So, ähm! So, 17, 17! Ja! Gut! Warte! Warte! Ich muss hier was herstellen! Warte! Ich muss hier was herstellen! Was ist denn los? Ich muss was... Hier! Gut, ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Und, und, und? Ihr habt das andere! Oh Mann, Hager, wir sind hier irgendwo... Warte, hast du auch etwa den gleichen Flug genommen wie ich? Hast du auch hier... Hast du auch den gleichen Flug nach Hamburg genommen? Ja, wir wollten doch... Ich wollte ja nach Hamburg und du wolltest auch nach Hamburg? Und dann unser Flug... Dann habe ich irgendwas so gespürt. Der Flug hat dazu gerattet. Da hat der Pilot gesagt, ja, Populenzen. So, habe ich mich wieder entspannt. Aber dann, habe ich gesehen, unsere Turbine war mit Feuer gefüllt. Hast du es auch gesehen? Das war so schlimm. Was? Ja, ich habe ein Seil. Dann hast du gleich ein Seil. Oh Mann, jetzt müssen wir hier einfach Sachen sammeln. Ich glaube, jetzt ist das für die Dach. Was? Was? Okay, hast du vielleicht eine Seil? Ah, ich habe schon mal eine Seile hergestellt. Ja, wenn wir... Ich habe schon mal eine Seil. Ich habe schon mal eine Grille. Für Essen. Verholzwein, ne? Ah. Ah! Ja, richtig. Viele Blätter. Wir trennen ja auf die Inseln. Ja, aber... Aber wir müssen noch... Ja, ich hab noch was für Wasser hergestellt. So, das Einzige, was hier... Ah, okay. Ey, Haga, wir sind voll gut schon irgendwie in der ersten Folge. Ist sie das schon einmal klargekommen? Ja, 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 ich weiß, ich weiß, aber... Okay, wir können das jetzt eigentlich noch machen, wegen unserer Boot, unser kleines Floß. Ist ja noch ganz leicht. Warte, ich stelle noch was her. Ich fülle Wasser auf. Dann können wir auch trinken. Hier brät schon was. Bam! Oh nein! Der Halt! Der Halt! Ich hab... Der Stöp, der Stöp, der Stöp, der Stöp! Nein! Der Halt! Alter, ja... Ich hab'n Holzsperr! Ich hab'n Holzsperr! Oh mein Gott, da liegt drunter Holzsperr, ja? Ich hab'n Holzsperr gemacht! Zum Glück hat er nur diese Seite hier angegriffen! Kannst du hier schnell ein Boden machen? Warte, warte! Oder hier ein Boden? Äh, Boden, Boden! Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Oh mein Gott! Ich hab'n... Ich hab'n... Was? Ich hab'n... Ich hab'n... activier'n... Ich hab'n... Ich hab'n... ja muss Blätter Blätter in Sicht noch Platz herstellen, gut ich habe einen Boden hier gestellt. Ich habe einen Speer, ich habe einen Speer. Dreimal ist einfach, ok? Verdammt! Denkst du, dass ihr kaputtet habt? Ich habe einen Speer. Ich habe einen Speer. Ich habe einen Speer. Dreimal ist einfach, ok? Verdammt! Denkst du, dass ihr kaputtet habt? Oh, was ist das? Heute fängt es schon eigentlich ganz, ganz gut an. Hab schon mal jemand gemacht. Ja, ich habe keine Bretter. Ich habe keine Bretter. Ich habe keinen Holz. Warte, ich habe noch ein paar Bretter. Hier. Zack. Boah, wir fahren. Ey, wir dürfen hier nicht mal diese Richtung ändern. Das ist voll die gute Richtung, in der wir fahren. Ja! Wir dürfen lieber nicht mal hier die Richtung ändern. In der wir gerade fahren. Das ist voll gut. Oh, ich kann doch noch nicht mehr. Oh, ähm. Oh! Hier! Ich kann mir... Oh, schade. Ich brauche nicht. Oh nein! Mir fehlen doch noch so hier gute Blätter. Hier. Ganz leicht! Ja, ich habe... Schade. Ja, warte, Platon, 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 aufschauen. Wieder heil, Alter. Schwinde! Ich weiß, wir haben noch nicht einmal Blä... äh, die haben noch nicht einmal Betten. Was? Hä? Äh, ist alles okay bei dir? Ist alles okay bei dir? Nein, was machst du? Ist alles okay bei dir? Ich glaube, du hast Knacks bekommen. Du hast Knacks bekommen. Alter, du bist hier schon verrückt, ey. Ich glaube das nicht. Alter. Weiß ich nicht. Okay, warte, ich gucke ein bisschen in Star Wars Battlefront. Wo ist mein iPad? Wo ist mein iPad? Hast du mein iPad genommen? Okay, kannst du mir das bitte geben? Ich werde ein bisschen gucken. Ich langweile mich. Warte mal. Äh, wir haben kein iPad, oder? Ist dir irgendwas merkwürdig? Ich hab dich geangelt. Ich brauch dein Fleisch. Ja. Was? Was? Ähm, naja, ich war ein bisschen hungrig. Na ja, ich war ja auch ein bisschen kleines bisschen, äh, bisschen hungrig, ey. Es geht. T ford ich mich zu Hause, das ist schon stabil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, drei Sachen gange, oah. Ooh, du geh in die Kiste. Bym, ey, da schwimmt der ein Floß. Da ist ganz weit hinten. Ich schwimme jetzt gleich! Nein, ich bin im Wasser gefallen! Was? Komm, 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 komm. Ey! Ey! Ich war fertig! Geh mal hier fast zurück! Nee! Das ist meine. Ich weiß doch nicht, wie man das reparieren kann. Warte, Hammer, Hammer, Hammer. Wie hast du das gemacht? Ich baue hier noch mehr Plattformen. Ich baue mehr Kühlschrank. Was hast du gerade gesagt? Was? Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Los, los. Wie ist denn? Wie ist denn? Oh mein Gott! Ich habe leider Knirks bekommen. Ich angel das Meer, dann haben wir unendlich Wasser. Da schwamm ein Wal! Da schwamm ein Wal! Da schwamm ein Wal! Ich habe einen Wal gesehen! Ich angel ihn! Ich habe einen Wal unter meinen Füßen gesehen. Eine, 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 eine Wal! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bubu! Bubu! Ey! Knirks! Knirks! Ich habe Knirks! Wir können bitte nicht aussammeln! Ja! Nein! Aber das hat der Spieler abgeräupst, nicht ich! Doch! Der Spieler war es! Ich sage es dir nur! Ja! Puh! Der Leute hört das Wasser! Ich bin der Imperialer! Ich bin der ist idealer. Komm, peppem! Wir müssen, sind die Bč-Kl Zinni Jürgen shouting Und dann kann man aber noch ein paar Pfeffer. Warte, warte, ich hab eins, zwei Kartoffeln. Zwei Kartoffeln, ich spiel jetzt immer ganz kurz, wie das ja auch. Oh, nee. Oh, hier ist es schon noch ein paar Pfeffer. Jetzt haben wir danach mehr Kartoffeln. Pum, 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 Pfeffer und Pfeffer. Was? Oh, da war hier eben ein Kreuz. Ich hab ein Kreuz aufgesammelt. Da ist Plankton. Ich seh Plankton, Spongebob und Patrick da unten. Ich kann wirklich Spongebob, Patrick und Plankton da unten sehen. Wirklich jetzt. Ich will da gerne nach unten. Die Kinder zuerst den teraasselern. Guck, 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 guck. Um. Ich angel gerade, damit wir mehr Essen haben. Warte, sag mal, war das gerade deine Kartoffel auf dem Grill? Ich muss kurz mein Wasser holen, ich werde hier langsam durstig, okay? Ich muss ganz kurz Wasser holen, ich werde hier langsam durstig. Warte, ich kaufe mal ganz kurz Wasser. Warte, ich kaufe mal ganz kurz, ich kaufe mal ganz kurz, ich kaufe mal ganz kurz. So, wenn wieder du krankst, jetzt erforscht, hey, ich habe das Gänse erforscht. Ey, willst du mich einfach damit schlagen? Du bist eine Biene, Maja. Ey, du siehst doch aus, die Nummer. Ich bin Bob, der Baumeisterkönig. Ich habe leider nur einen Kunststoff. So, mein Gedälder, jetzt muss ich ja langsam zu einer Katze probieren. Ja. So, mein Gedälder, jetzt muss ich ja langsam zu einer Katze probieren. Ich habe fünf Kunststoff. Ich habe fünf Kunststoff. Was? Hä? Was? Was ist das? Oh, das sieht gut aus. Bist du da halt hier eigentlich beim Busse? Ah, nichts. Nein, Haga, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Der Hai hat mich eingeriffen. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Warte mal! Nein, das ist mein Bus. Nein. Oh. Oh. Wichtig. Hast du Holz? Hast du Holz? Ich brauch' nämlich Holz. Ein bisschen Erforschungstisch. Damit ich hier Sachen erforschen kann. Ähm. Ähm. Ich hab' Ah, jetzt kann ich herstellen. Okay, ich hab' mal Forschungstisch hergestellt. Hey. Du. 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 Guck. Genau du. Du. Guck. Genau du. Sag' ich dir nur. Du. Ähm. Wieso steckst du eigentlich in den E-Kernkanalen? Oh. Juh, 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 juh. Hast du Holz? Ja, das mein' ich ja auch. Okay, Jill, Jill, okay, okay, okay? Oh, eine Kartoffel ist hier. Ah, meine Kartoffel. Meine Potato. Nein! Warte, diese Kissen nehmen. Einfach nehmen wir diese Kissen jetzt raus, ne? Nein! Nein! Ja! Nein! Ja! Ja! Ja, hab's. Nein, dieses Holz gehört mir. Eine Pizza? Eine Pizza? Eine Pizza? Hallo! Wollen Sie eine Pizza? Hallo! Wollen Sie eine Pizza? Hallo! Wollen Sie eine Pizza haben? Ein Angebot? Hallo! Jetzt brauche ich mehr Holz! Pam, pam! Was? Eine Paddel? Ich habe eine Paddel! Du hast ein Paddel! Alter, du musst mal ein bisschen Deutsch lernen. Ja, grüß, grüß Deutsch. Ein bisschen Deutsch lernen, ne? Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pam, pam! Oh! Hey, Haga! Ich habe Pfeile! Weißt du? Ich habe Pfeile hergestellt. Ich habe Pfeile hergestellt. Nein, ich habe Pfeile hergestellt. Ah, hey! Ich habe Pfeile hergestellt. Oh mein Gott, ich bin Duster! Ich bin Duster! Nimm das Wasser! Ja. ich versuche es auch zwei fässer nur für mich zwei fässer habe ich genommen eine fischbange ich habe eine fischhange manche mal frage ich mich wann ich die aufnahme beenden soll wieso sagst du nein hast du knerks bekommen? wieso sagst du nein? schien 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 Du 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 Pam pam Was? He? He? Ich habe gerade ein bisschen knacks bekommen, sorry. He? 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 Ja, bitte lach den Blödsinn. He? Oh man, es wird schon dunkel, ey. Boah, ich glaube erstmal für den Anfang müssen wir hier einmal die Folge denken. Ja, erstmal schweißen sie die Welt. Ma? Möwe? Was? 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 Ja, okay und was noch? Ja, also dann würde ich mal sagen, das war es hier mit dem Video. Ich hoffe es wird euch gefallen. Lasst auf jeden Fall liken und abo da. Und dann würde ich einmal hier sagen, bis dahin. Tschüss! Buh! Oh! Ich bin zum Wasser gefallen! Ah! Hier! Oh, die können ja springen. Ah! Okay, dann würde ich mal sagen, bis dahin. Tschüss! Hallo, bist du noch da? Willst du noch Tschüss sagen? Bis dahin, Leute! Ciao, ciao! Bis jetzt losadaieren. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.